Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Heute ist ein bisschen bewölkt. Wir haben heute Donnerstag einen Full-Day-Shuttle gebucht. Ich bin ein bisschen später unterwegs, weil ich noch einen Reifen wechseln musste. Warte jetzt gerade aufs Shuttle. Die anderen haben schon, ich denke, zwei Abfahrten gemacht. Ja, ich zeige euch in dem Video einfach, ich denke, ein oder zwei Trails, die ganz cool sind. Kann auch sein, dass die Aufnahmen von den letzten Tagen stammen. Ich würfel da einfach zusammen, was ich finde, weil so ein ganzer Tag Full-Day-Shuttle wird für euch einfach viel, viel zu lang. Deshalb gucke ich, dass ich euch was Cooles raussuche. Die Trails blende ich euch wie immer am Anfang vom Trail-Entstieg im Endeffekt ein, damit ihr wisst, was wir gefahren sind und das auch nachfahren könnt. Alle Touren, die ich hier im Finale gemacht habe, findet ihr auch auf Strava. Also folgt mir da gerne, dann könnt ihr das, wie gesagt, nachverfolgen, was wir hier so gemacht haben. Gestern sind wir zum Beispiel eine Tour getreten mit 1200 Höhenmeter und einem Single-Uplift. Ganz coole Kombination. Also checkt das auf Strava ab, falls ihr da Interesse dran habt. Genau, jetzt würde ich sagen, geht es wie immer los mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Wir sehen uns gleich auf dem Trail. Ich würde sagen, let's go! Ich bin fertig. Oh Gott! Oh Gott! Wow! Hahaha! Hey! 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 Oh, 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 oh. Oh Gott! 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 Oh! 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 Oh Gott!